Hallo ihr Lieben! Hallo! Willkommen zu einem neuen Video. Wir dachten uns heute, wir drehen eine Challenge. Und zwar, wer schönere Weihnachtsplätzchen dekoriert. Und ich habe natürlich einen Gast heute im Video, die liebe Kati. Hallo! Ich werde hier heute ein bisschen... Wir werden uns gegenseitig betteln und am Ende dürft ihr entscheiden, wer die schöneren Plätzchen dekoriert hat. Deswegen bleibt definitiv dran bei dem Video. Ich würde sagen, fangen wir an, oder? Hallo! Hallo! Ja, also, wir fangen jetzt an. Wir haben fünf Minuten für beide insgesamt. Das heißt, 2,5 Minuten für jeweils eins. Und wir würden sagen, let the challenge beginn! Wir machen jetzt die Stopp, oder? Genau. Eins, zwei, drei... Nein! Sie wollte ich haben! Okay, was fängt mit dem an? Hey, was soll ich jetzt... Ah, okay... Ähm, ähm, ähm... Ja, okay, dann mache ich jetzt einfach nur so. Oh! Das wäre auch... Oh! Jetzt leiden wir schon mal die grün. Das hat mich schön zahnstrahl besorgt, ein bisschen zu verfeinern. Ich finde, ein Krisporn sollte immer drin sein. Huch, es funktioniert einfach. So kleben dann. Eins esse ich. Nein, es fällt. Ich lasse ihn jetzt erstmal ein bisschen antrocknen. Jetzt mache ich einen blauen Bauch. Das ist ja so, so, so. Das sind diese ... Ich zeige es. So. 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 Hallo, der will kein zweites Auge haben. Kenntest du das irgendwie? Der mag nicht. Okay, jetzt hat er so ein gefärbtes. Komm, färben wir jetzt auch die Kugel. Okay. Was kommt denn jetzt auf den Bauch? Ja. Oh ja, ich krieg noch mehr, ich krieg noch mehr. Oh, ich krieg noch mehr. Ich brauche noch nicht so viel. Ich brauche noch mehr. Ich brauche noch mehr. Oh, fertig. Ich habe es genau in den 5 Minuten geschafft. Ich brauche noch mehr, ich brauche noch mehr. Ich brauche noch mehr. Ich brauche noch mehr, ich brauche noch mehr. Und am Freitag kommt die 4. und letzte Episode von meiner Weihnachtsserie online. Deswegen schaut da definitiv vorbei. Und ja, ansonsten tschüss. Tschüss, tschüss. Wohle Weihnachten.